Hallo zusammen und herzlich willkommen zu meinem Webinar Wednesday am Mittwoch. Vielen Dank, dass Sie so zahlreich eingeschaltet haben. Heute zu dem Thema Dativ-Unternehmen online, dafür haben wir den Manuel Melms mit dabei, als Dativ-1000-Saster kann man ja sagen, dass der uns allen heute ein bisschen das Thema eben Unternehmen online näher bringt mit allen Facetten, mit allen Modulen, die letztendlich auch Unternehmen online beinhalten und dazu Fragen beantwortet werden können. Und bevor ich an den Manu übergebe, ist auch genau das schon das erste Thema, bevor wir wirklich auf Unternehmen online eingehen und zwar, wo befinden wir uns hier? Wir sind jetzt hier im Go-To-Webinar und Sie haben auf Ihrem Control Panel die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Die Fragen sind anonym, bedeutet, das sehen nur wir die Fragen und da würden wir Sie auch so bitten, sobald eine Frage ist, stellen Sie die gerne, dann können wir die auch beantworten, entweder wenn es passt währenddessen oder aber zum Schluss, dann wird es auf jeden Fall eine Fragerunde nochmal geben, sollte irgendwas Unvorhergesehenes passieren, Mandant ruft an, ganz, ganz wichtig, Hausbrenn, auch wichtig, dann ist es kein Problem, können Sie gerne das Webinar verlassen, es wird auf jeden Fall aufgezeichnet, heißt, in die Informationen kommen Sie auf jeden Fall. Es wird dann auch auf unserem YouTube-Kanal hochgeladen, einfach ein Boot bei YouTube mal suchen, da wird dann das Webinar hier zu finden sein, als auch ganz, ganz viele andere Webinare zu den diversesten Themen von Cloud-Telefonie über Kanzlei, über Name und so weiter und so fort. Soviel aber erstmal dazu. Manu, vielen Dank, dass du mir immer die Zeit genommen hast. The stage is yours. Ja, auch von meiner Seite, hallo. Ich hoffe, es kann mich jeder verstehen. Wir haben jetzt schon eine Frage drin, dass der Ton nicht funktioniert. Einfach mal schauen, vielleicht nochmal raus, nochmal reingehen, weil es kam tatsächlich nur eine Meldung, davon gehe ich mal aus, dass wir uns alle hören. Ja, mein Name ist Manuel Melms, Thema ist ja heute Dativ-Unternehmen online, wie der Philipp das schon gesagt hatte. Wir wollen Ihnen heute aber nicht nur stur, wie das vielleicht manche andere machen, einfach nur Unternehmen online zeigen, sondern wir haben ja noch einen Titel dahinter gesetzt, dass es ein klarer Mehrwert ist für den Mandanten. Und vielleicht können wir heute mit unserem kleinen Impulsvortrag Ihnen das auch vermitteln, dass der Mandant tatsächlich hier einen Mehrwert von hat, weil Unternehmen online ist nicht nur rein Belege hochladen und ich buche damit, sondern wir haben ja mittlerweile die Möglichkeit, die komplette Finanzbuchhaltung inklusive kompletten Lohnbuchhaltung eigentlich nahtlos hier darzustellen und auch abzuwickeln. Und das finde ich schon sehr bemerkenswert und der Fokus ist tatsächlich heute der Mandant, weniger die Kanzlei, aber umso besser der Mandant natürlich vorbereitet ist, umso besser haben Sie es natürlich dann beim Buchen respektiv Löhne erstellen. So, ich würde mal meinen Bildschirm teilen, dazu muss ich erstmal gucken, wo mein Bildschirm hier überhaupt ist. Ach hier, der ist es hier. So, jetzt müsste man, ja, Unternehmen online sehen. Genau. Dativ Unternehmen online, was ist das? Ganz in Kurzform, Dativ Unternehmen online gibt es mittlerweile seit 2007 tatsächlich. So lange gibt es dieses Produkt schon und seit 2008 mache ich das tatsächlich auch. Also ich habe vieles, vieles mitbekommen und wir haben am Anfang, haben wir einen halben Tag erstmal gebraucht, um das zu installieren, wobei es immer schon eine Cloud-Anwendung war, mussten wir trotzdem was installieren und das ist natürlich heute komplett anders. Dativ Unternehmen online ist, wie gerade erwähnt, eine reine Cloud-Anwendung. Das heißt, wir brauchen einen Browser, respektiv ein Edge oder ein Chrome bevorzugt. Es geht natürlich auch jeder andere Browser, aber um die richtige Darstellung, um da keine Fehler zu bekommen, etc. macht es Sinn, das auf Edge und Chrome zu benutzen. Wie gesagt, ich habe genug Anwender, die das auch über den Safari machen, über, was gibt es noch? Ach hier, Firefox heißt das andere. Auch da funktioniert das alles, alles gut, kein Stress. Wichtig ist dabei zu wissen, der Mandant hat immer zwei Möglichkeiten an Zugangsmedien sich anzumelden. Weil Dativ Unternehmen online ist zwar eine Cloud-Anwendung und wie nicht jede andere Anwendung, das üblich ist in der Cloud, dass man mit einer E-Mail-Adresse Passwort sich anmeldet. Das ist hier nicht so, sondern die Dativ hat hier einen Zwei-Faktor eingestellt. Wir machen quasi die Anmeldung mit einer App oder einem USB-Stick. Je nachdem, was man dann möchte. Das eine ist Smart Login, das andere ist Smart Card. Smart Card kostet 50 Euro netto einmalig. Smart Login kostet nichts, ist aber allerdings auch geräteabhängig. Wir haben aktuell die Möglichkeit, mit Smart Login immer nur eine Anmeldung pro Gerät zu hinterlegen. Die Dativ arbeitet gerade im Hintergrund dran. Es wird wahrscheinlich im Sommer kommen, dass wir da auch auf einem Gerät mehrere Smart Login-Anmeldungen möglich sein werden. Und oder wenn der Mandant von mehreren Steuerberatern gleichzeitig betreut wird, das kann ja schon mal sein, dass der Mandant da eine Firma, hier eine Firma, da eine Firma hat, kann man aber auch diese eine Anmeldung, was der Mandant hat, auch für alle anderen Steuerberater sozusagen mit anbinden, so dass der Mandant alle seine Mandanten sieht, so wie ich das jetzt hier in einer Liste habe, aber der jeweilige Steuerberater nur seinen Mandant administrieren kann sozusagen. Das geht. Das nur so als Hintergrund. Der Mandant selber hat, wie gesagt, bei der Startseite von Unternehmen Online ist übrigens zu erreichen unter du.dativ.de, das ist die Kurzform, oder mydativ.de, kann man da auch drauf gehen, aber respektiv am einfachsten ist es aktuell du.dativ.de. Ich erkläre es dem Mandanten tatsächlich immer so, dass man, das Programm heißt Dativ Unternehmen Online, das ist die Kurzform, der Softwaresteller ist Dativ und wir befinden uns in Deutschland. Ja, das erkläre ich immer so. Tatsächlich legen wir es dann aber in den Favoriten mit an und dann ist gut. So, damit man es sich auch merkt. Aber weil es eine Cloud-Anwendung ist, können wir das von jedem Art von Browser uns ansehen. Ob es ein Tablet, ein Telefon, also ein Smartphone, ein Rechner, Mac, Linux, weiß der Teufel was. Völlig egal, was wir da benutzen. Wir kommen über den Browser in Unternehmen Online rein. Und dass alle immer reinkommen, egal welche Betriebssystem wir benutzen, verdanken wir dem Smart-Login. Heißt, bei Smart-Card sind wir tatsächlich beschränkt auf Windows, aber für Smart-Login, und das ist eher das, was wir auch empfehlen würden, ist man Geräte- bzw. Betriebssystem-unabhängig. Heißt, für viele Künstler, die manche ganz viel Apple benutzen, hätten wir da gar keinen Stress mehr mit. So, kommen wir aber inhaltlich zu Unternehmen Online. Das ist nur so die kleine Voraussetzung. Unternehmen Online ist, wie gesagt, schon seit 2007 auf dem Markt. Wir haben erst in den letzten, oder stetig wird dran gearbeitet, in den letzten Monaten, Jahren, haben wir tatsächlich die meisten Neuerungen, und die hören auch tatsächlich nicht auf. Es kommen noch demnächst auch noch viele Neuerungen mit rein. Unter anderem sehen Sie das jetzt hier schon, dieses Design, das ist jetzt so ein bisschen hell und freundlich. Das hat sich noch nicht komplett durchgezogen durch Unternehmen Online. Das wird es jetzt aber noch dieses Jahr sein, dass wir wirklich komplett diese, ja, ich sag mal, einheitlichen Look-in-Field haben. Das machen wir erstmal da am Ende. Der Mandant hat die Möglichkeit, wenn er mehrere Mandanten hat, natürlich auch mehrere sich auszusuchen. Wir sind hier quasi auf der Übersichtsseite. Wenn der Mandant allerdings nur einen Mandanten hat, das ist ja so in der Regel, dann kommt das erst gar nicht, sondern er geht direkt auf die Startseite von Unternehmen Online. Hier heißt das ganz klassisch Übersicht. Und der Mandant wird eigentlich hier prozessual, und da komme ich zu diesem Mehrwert, was vielleicht andere Produkte nicht haben, prozessual durch dieses Produkt oder zum Ziel quasi geleitet. Was bedeutet das? Wir haben hier auf der linken Seite diverse Schnell-Button oder Schnellzugriff-Link-Button, wie man es auch immer nennen möchte. Die sind denn hier alle verteilt, genauso wie hier drin verteilt. Und früher hatten wir das nicht. Da musste der Mandant sich daran gewöhnen, okay, es geht um Belege. Dann musste er auf Anwendungen gehen, musste sich hier irgendwelche Button raussuchen, wie zum Beispiel Belege. Das war immer ein bisschen nervig, aber grundsätzlich ist das jetzt hier mittlerweile prozessual angelegt. Das heißt, wir wollen ein Dokument, weil das das Herzstück ist von Unternehmen Online, hier hochladen. Und das können wir entweder über die Homepage, über den Knopf Belege hochladen machen. Oder es gibt ja auch Upload-Mobil. Das ist eine Smartphone- oder Tablet-App, also eine ganz normale App aus dem App Store. Und diese Upload-Mobil-App, ich habe sie hier mal nur als Bild mal kurz dargestellt, diese Upload-Mobil-App ist halt auch für den Mandanten ein ganz klarer Mehrwert, ein Vorteil, weil er von unterwegs aus seine Quittungen, sage ich jetzt mal, die er sonst vielleicht in der Tasche versteckt hat, vergessen hat, ihnen alles zu reichen oder weiß der Teufel was, hier direkt auch ihnen hochzuladen. Und auch hier gibt es eine Neuerung drin, und das haben vielleicht noch nicht alle mitbekommen. Also unter anderem, dass natürlich, wenn er die einscannt, versucht er selber die zu fotografieren, sei es drum. Aber man kann sich mittlerweile Zielvorlagen definieren. Heißt, wenn der Mandant diese App nur für die Kasse, also für die kleinen Quittungen benutzt, kann er sich hier die Vorlage aussuchen und er kann mit, wie sagt man heute, Philipp, mit einem One-Touch seinen Beleg hochladen. Heißt im Umkehrschluss, nur für Quittungen kann er von mir aus diese Upload-Mobil-App benutzen. Voraussetzung ist Smart-Login, also auch wieder auf seinem Tablet oder Smartphone. und dann kann er quasi mit einem Knopf, ist dann alles schon ausgefüllt, sein Unternehmen, Kasse, und dann fotografiert er das, sagt Upload, und dann ist es auch schon bei Ihnen in der Steuerkanzlei. Oder halt in dem Portal Dativ-Unternehmen-Online. Manu, wenn du, sorry, dass ich nur breche, wenn du gerade bei den Fotos bist, man kennt es ja vom Scan und so, dass es da Empfehlungen gibt, wie die Pixel eingestellt werden sollen, schwarz-weiß und so weiter und so fort, gibt es da auch bezüglich den Fotos Empfehlungen. Da gibt es natürlich Empfehlungen, und die Empfehlung ist, man kann hier drin schwarz-weiß 300 dpi einstellen. Ob das so sinnig ist, sei da hingestellt. Weil, warum, wenn wir das Thema Verfahrensdokumentation einfach mal nehmen, weil die nächste Frage ist, immer von dem an dann, kann ich meine Belege wegschmeißen. Und da gibt es ja zwei Paar an Schuhe darüber, und zwar der erste ist, ich brauche ein revisionssicheres Archiv, das würde ein Unternehmen online bieten, das ist nach Resi-Scan zertifiziert. Und der zweite Part ist eine Verfahrensdokumentation. Aber da drin muss halt drin stehen, oder steht dann halt drin, wie lade ich die Belege hoch? Und im Prinzip Empfehlung ist, die bunt zu scannen. Warum? Weil eine dritte unabhängige Person, so im Groben übersetzt, muss auf einen Blick erkennen, ob es ein Negativ- oder ein Positivbetrag ist. Und manchmal sind ja Leute sehr kreativ, was Rechnungen oder Belegbilder angeht. Die schreiben dann ihre, oder die machen Negativbeträge in Rot und das andere in Schwarz. Und das würde man bei Schwarz-Weiß-Scans ja nicht sehen. Deswegen hat die Daten auch den Standard hier bunt eingestellt. Die Dateigröße ist nicht wesentlich größer. Das war früher vielleicht mal das Thema immer. Auch wir sind damit hausieren gegangen. Oh, das ist zu groß. Stell das um und mach denes und mach welches. Aber die App hat in sich auch eine Komprimierung mittlerweile mit enthalten, sodass die Dateigröße auch nicht mehr so entscheidend ist. Die Schnelligkeit ist mittlerweile mehr im Fokus. Und wenn ich das fotografiere und uploade, ist das sehr schnell hochgeladen. Auch mit der Standardeinstellung von der App. Also sprich im Bund. Und die Dateigröße, wie viel im Unternehmen online ist, spielt auch mittlerweile keine Rolle mehr. Weil Sie als Kanzlei das ja mittlerweile als Bepreisung von 3,65 bekommen, egal wie viel, liegt schlicht und ergreifend an dem Datenfreivolumen als Kanzlei. Da hatten wir auch irgendwann mal vor ein paar Monaten auch mal darüber berichtet, was das sein könnte oder wozu das da ist. Wie gesagt, können wir auch im Nachgang beziehungsweise einfach bei der Hotline melden oder sowas, was das ist. Aber dadurch, dass wir das Datenfreivolumen haben in der Kanzlei, ist es mittlerweile eigentlich egal, wie viel Daten da hochgeladen werden. Genau. So. Heißt im Umkehrschluss, eine reine Empfehlung gibt es nicht. Ich würde hier aber immer dann im Bund machen, die Qualität der OCR-Erkennung, respektiv vielleicht später auch der KI, ist einfach dadurch einfach besser, weil die Qualität des Bildes einfach schöner ist. So. Und wie gesagt, die Date versucht über Ihre App, das auch zu komprimieren, wie jede andere Fotografie-App übrigens auch. Wenn der Mandant natürlich kein Fan ist davon, so eine App zu benutzen, es gibt auch die Möglichkeit, das per E-Mail weiterzuleiten. Was heißt das? Er könnte das selber irgendwo fotografieren, wenn er die App nicht haben möchte und schickt es sich selber per E-Mail beziehungsweise von seiner E-Mail direkt in den Unternehmen online. Und da komme ich zum dritten Punkt. Auch ein ganz, ganz klarer Vorteil, wenn die Rechnungen, die per E-Mail reinkommen, können direkt weitergeleitet werden in Unternehmen online. Und was ist der Mehrwert für den Mandanten? Naja, prozessual gesehen, müsste man sich ja Gedanken machen, das Original kommt per E-Mail rein, er muss es irgendwo archivieren, nachvollziehbar, und dass es nicht veränderbar war, und so weiter, und so weiter. Also sprich, wir sprechen von einer E-Mail-Archivierung und die meisten Mandanten gucken sie dann mit dem Auto dann an, was das denn sein könnte. Letztendlich ist es aber so, wir könnten es so machen, alles auf eine zentrale E-Mail-Adresse zum Beispiel lassen bei einem Mandanten, zum Beispiel Rechnungs-Ad oder was auch immer. Und im Mail-Programm zum Beispiel kann man ja sagen, alles, was da reinkommt, soll automatisch weitergeleitet werden, in Unternehmen online zum Beispiel. Und das ist der Mehrwert, auf was ich hinausspiele möchte. Gerade zum Thema E-Rechnung, zu Veränderbarkeit und Nachvollziehbarkeit und Originale, haben wir einfach die Möglichkeit, das zentral zu steuern, in das Unternehmen rein. Und das Unternehmen hat gar keinen Aufwand, sondern kann es automatisiert weiterleiten in ein System, was revisionssicher ist, was nachvollziehbar sein kann. Und das schreibe ich dann in der Verfahrensdokumentation rein, dass ich sage, ja, ich benutze die Software Dativ-Unternehmen online, ich benutze Upload-Mobil. Das Upload-Mobil ist so eingerichtet in meinem Mail-Programm, dass es direkt nach Eingang automatisch weitergeleitet werden. Das heißt, in der Zeit kann es nicht veränderbar oder verändert werden, weil es direkt nach Eingang rausgeht. Außer Sie haben natürlich was anderes eingestellt, aber das sollte so der Tenor sein. Und das ist für mich persönlich ein ganz klarer Mehrwert, auch wenn es nun ganz kleiner ist, ist aber rein rechtlich gesehen eine große Wirkung. So, wenn denn die Belege, egal wie über Scanner, hier hochgeladen, E-Mail weiterleiten oder per Handy-App, landen diese Belege natürlich hier in der Belegübersicht online. Ist jetzt für den Mandanten noch nicht so schick gelungen, aber auch hier kommen wir zu einer Neuerung. Es wird demnächst natürlich angepasst, das heißt, es wird optimiert für andere Anwendungen wie ein Widescreen-Monitor. Heißt, wie alle anderen Anwendungen, die neu sind im Unternehmen online, wird es auch bildschirmoptimiert sein. Und wenn das so sein wird, wird es auch demnächst, das steht auch ganz hoch in der Planung, eine Volltextsuche geben. Das heißt, wir können demnächst auch im Unternehmen online jedes Wort, was innerhalb eines Dokumentes steht, auch per Volltextsuche suchen. Das erstmal zur Vorausschau. Wie gesagt, wenn so ein Beleg hochgeladen wird, landet das hier im Posteingang. Ja, der Mandant hat hier eigentlich eine relativ klare Übersicht, auch wenn er vielleicht am Anfang meint, nee, habe ich nicht. Aber wenn man mit diesen Symbolen hier arbeitet, dann schon. Also er sieht auf einen Blick, ob es diese Rechnung an der Zahlung zugeordnet ist, ob es der Bank zugeordnet ist und ob es auch vollständig bezahlt worden ist. Und diese Sachen mit Anhängen an der Bank etc. und vollständig bezahlt, macht das System ja weitestgehend automatisiert, ohne dass ich da was aktivieren muss oder zusätzlich bezahlen muss. Heißt, im Umkehrschluss, wenn ich den Beleg hier reinlade, kann die Steuerkanzlei das buchen und wenn die gebucht haben, landet es logischerweise hier in der Ablage und das bestimmt ja dann wiederum die Kanzlei, wo sie es ablegen. Und der Mandant hat die Möglichkeit, natürlich nicht nur das zu löschen, diese Sachen hier. Er kann dieses Unternehmen online, und das ist der nächste Fakt, der nächste Mehrwert, er kann es auch als Online-Archiv nutzen. Heißt, wir sind zwar hier im Unternehmen online, aber das heißt ja nicht Buchhaltung online, sondern Unternehmen online. Das heißt, wenn das Unternehmen andere Dokumente hat, kann es die auch hier hochladen und die selber strukturiert ablegen in der Ablage hier auf der linken Seite. Weil diese Ordner, die hier sind, das ist zwar ein Vorschlag der Dativ, aber die können Sie frei selbst definieren und anlegen. Und ob die jetzt für die Buchhaltung wichtig sind und den Kanzlerrechnungswesen angezeigt werden sollen, auch das können Sie selbst bestimmen, beziehungsweise der Mandant. Der Mandant interessiert der Knopf natürlich nicht, der wird ihn nie setzen, aber ob Sie das in Rechnungswesen sehen wollen oder nicht, das können Sie selber bestimmen. So, aber heißt im Unkerschluss, wenn der Mandant, das habe ich ganz oft schon gehabt, eine Baustelle hat oder ein Architekt ist oder irgendwas dokumentieren muss und er hat kein Programm dazu und er sieht auch nicht ein extra Programm dafür zu kaufen, kann er tatsächlich mit der Upload-Mobil-App das einfach hochladen hier im Unternehmen online und dabei kann er sich ja selber auch einen sogenannten Belegtyp anlegen. Also wir haben ja unsere Standardbelegtypen und da setzt er, da legt er einfach sich selbst einen neuen Belegtyp an. Dokumentation von mir aus, dann ist das ganz klar geregelt. Es landet in Dokumentationen und alles, was da ist, dann kann er sich die anmarkieren und kann die selbstständig verschieben in einen Ordner seiner Wahl und hat er aber so auch, ich sage mal, ein Online-Archiv und das Ganze muss man wohl immer noch mal sagen, Unternehmen online kostet immer noch 11 Euro und das ist schon, finden Sie mal auf dem Markt, ein Online-Archiv, was zertifiziert ist für 11 Euro und was noch klar den mehreren Mehrwert bietet, wie unter anderem, wenn ich so eine Rechnung hochlade, dass ich hier drinnen auch die Rechnung bezahlen kann. Weil der Mandant hätte auch die Möglichkeit per Doppelklick diese Rechnung auch ausfüllen zu lassen, also er würde hier den Geschäftspartner Namen, das Datum, die Nummer, den Betrag und auch die IBA-Nummer dieser Rechnung auslesen und würde ihm hier den Überweisungsträger ausfüllen und er könnte einfach sagen, speichern und weiter. Und er könnte dann im zweiten Gang diese Rechnung dann auch bezahlen. Und er hätte einen transparenten Überblick über seine Dokumente und natürlich hier auch die Suche. Also wie gesagt, nahtloser Prozess. E-Mail kommt rein, wird direkt weitergeleitet, landet hier drin. Er kann direkt per Doppelklick im Beleg Standardansicht direkt per Doppelklick die Rechnung aufmachen, die OCR liest die Daten durch, schlägt ihnen Daten vor und er hat einen Überweisungsträger direkt ausgefüllt. So müsste er ins Online-Banking gehen und müsste da halt irgendwas eintippen und so weiter, weil es da sowas nicht gibt. Und im nächsten Zug, und das ist wieder ein Mehrwert, kann er das Zeug bezahlen. Heißt, wenn ich nochmal auf die Übersicht zurück wechsle, Beleg hochladen, Beleg gucken, Rechnung bezahlen. Und wenn ich da draufklicke, ist es so, ja gut, das ist jetzt bei mir, weil ich hier ein bisschen Mischmasch habe, da komme ich gleich noch zu, aber wenn ich da draufklicke, dann ist es so, dass ich hier auf meine Zahlungsliste drauf zugreife. Heißt, ich lade den Beleg hoch, ich mache Doppelklick auf den Beleg, kommt mir an, habe das alles eingefüllt und dann habe ich die Möglichkeit als Mandant, wenn ich das alles habe, ja, ich möchte das, das, das will ich noch nicht bezahlen, das möchte ich aber bezahlen, aber ich weiß gar nicht mehr, was es da war, weil ich das schon vor vier Wochen gemacht habe, klicke ich da drauf, ah, das ist das und das Bild oder die und die Rechnung und dann sage ich hier einfach rechts unten an die Bank senden und ich löse das mit einer TAN aus. Auch das ist ein Mehrwert, weil manche Banken, Apo Bank, ist nicht in der Lage, eine Sammelzahlung oder beziehungsweise mehrere Rechnungen auf einmal zu bezahlen. Sie müssen immer pro Rechnung eine TAN eingeben. Hier müssen wir eine TAN eingeben und nicht mehrere und gerade bei dieser Bank, die ich gerade vielleicht so lapidar gesagt habe, naja, die, die hauptsächlich benutzen diese Branche, die sind schon sehr, das muss schnell gehen, sagen wir es mal so. Und das ist halt der Hintergrund, das nervt natürlich viele, die in dieser Branche arbeiten, dass man da, ja, jede einzelne Rechnung mit einer einzelnen TAN auslösen muss. Hier haben wir die Möglichkeit, eine Sammelüberweisung mit einer TAN auszuführen, also mehrere Rechnungen auf einmal zu bezahlen. Und der nächste Vorteil für den Mandanten, er hat sie nicht nur hochgeladen, also zur Zahlung vorbereitet, bezahlt. Er kann danach dann auch ganz bequem in seine Kontoauszüge reingucken und sieht dann hier, das sind meine ganzen Kontoauszüge und ich habe hier den Vorteil oder Nachteil, je nachdem, wie man es sehen möchte. Ich habe hier neue Daten drin, das sehe ich gerade. Muss ich mal neue Rechnungen hochladen. dass hier die Möglichkeit besteht, die Rechnung durch einen Roboter, also hier vorne sieht man das, dass diese Rechnungen automatisch verknüpft werden mit dem Kontoauszug. Das macht dann halt das Verwendungsweck und des Betrages. Und dass diese Rechnung auch als bezahlt kennzeichnet. Heißt, ich habe nicht nur die Möglichkeit, hier zu bezahlen, sondern auch mich selbst zu kontrollieren als Mandant und das teils auch automatisiert von der Software. Und für mich ist das ein ganz klarer Vorteil oder ein Mehrwert auch für den Mandanten, dass ich nicht nur hier Belege hochlade, sondern ich kann in einem Guss die Sachen von mir aus vorbereiten zur Zahlung, bezahlen und gleichzeitig auch als bezahlt wird es auch noch automatisch kennzeichnen. Es gibt natürlich das ganze Thema nicht nur im Standard, was ich gerade gesagt habe, das gibt es auch als erweitert. Bei erweitert, das sieht man jetzt hier, kann man hier Belegerfassen sagen und bei Belegerfassen geht es darum, dass er hier die Rechnungen nicht nur hochladen kann, er kann die auch ja mehr Daten eintragen und erfassen und dann kann er beim Bezahlvorgang auch mehrere Sachen sich aussuchen, wie Teilzahlungen durchführen oder auch Skontis automatisch abziehen lassen und so weiter. Das wäre bei der Variante Belege erweitert. Würde ich Sie gar nicht mit langweilen, die Date schreibt das mit großer und kleiner Zahlprozess. Wie gesagt, das ist nur so der Hintergrund, aber der Mandant, das ist das Wesentliche, lädt hoch, bereitet vor, bezahlt. Bezahl-Kennzeichen wird automatisch gesetzt, insofern es erkannt wird und die Kontoauszüge kann ich hier auch noch mit einem Belegbild verknüpfen und das ist auch ein ganz klarer Mehrwert, was keine andere Bank Ihnen in dem Maße bieten kann, außer Sie bezahlen dafür extra, ich glaube irgendwo in Süddeutschland. Sie haben an der Bank automatisch ein Belegbild dran. Der Mandant kann es dann einfach suchen. Das wäre der Klassik. Können die Beweisungen auch geplant werden? Ja. Jetzt will ich es an die Bank senden. Gut, da war schon die Antwort. Wie schnell, als ich die Frage stelle. Ja, das habe ich jetzt bewusst nicht gemacht, aber ich beweise es Ihnen auch einfach. Also, ich nehme mal hier so eine Sammelzahlung, das sind hier, sie sind drei Rechnungen drin oder irgend sowas, dann sage ich an die Bank senden und hier, das ist das, was gewollt ist, ein Ausführungstermin. Hier kann ich eine Terminüberweisung setzen, das heißt, ich setze der Termin zum X und dann wird es zu diesem Stichtag von der Bank sozusagen ausgeführt und vorher haben Sie das aber alles schon eingestellt. Das ist die Frage quasi gewesen. Und dann wäre ja nur noch der Umkehrschluss, der Steuerberater bucht das ganze Thema und wenn er es gebucht hat, hat der Mandant natürlich die Möglichkeit, hier seine Auswertungen zum Thema Rechnungswesen und oder Personalwirtschaft natürlich auch einzusehen. Das wäre hier unten dieser Punkt Auswertungen anzeigen und wenn ich da reingehe, habe ich hier die Möglichkeit, dem Mandanten natürlich meine Auswertungen von der Steuerkanzlei nicht mehr per Mail zu versenden, sondern direkt hier ins Portal reinzustellen, hat einfach den Vorteil, Sie müssen sich nicht über E-Mail-Verschlüsselungen unterhalten, der Mandant ist nicht genervt von irgendwelchen Passwörtern einzugeben und 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 sondern es ist zentral alles in einer Position und wenn Sie es denn wollten, könnten Sie dem Mandanten sogar bis auf das Kontoblatt etwas bereitstellen und dann hätte der Mandant auch die Möglichkeit hier, jetzt weiß ich gar nicht, wo ich den Beleg hinterlegt habe, ich glaube, ich weiß es gar nicht, ich glaube hier durchlaufender, weiß ich gar nicht, habe ich das, keine Ahnung, auf jeden Fall kann er denn auch hier, das sieht man hier oben an dem Wort Beleg, kann er auch das Belegbild sich ansehen und das ist denke ich schon ganz cool, habe ich hier irgendwo, habe ich nicht, aber er kann sich auch hier Summen ziehen von diversen Sachen, dass er hier einfach eine Summe hat, auch das ein hoher Mehrwert oder ein, ja doch ein Mehrwert für den Mandanten, er muss es nicht extra in Excel exportieren, auch wenn er es könnte hier auf der rechten Seite, aber er kann es direkt hier drin alles aufsummieren, wenn er es denn wollte. So und das wäre das ganze Finanzbuchhaltungsthema und das ganze Thema für die Lohnbuchhaltung sieht genauso aus, wir haben einfach die Möglichkeit hier über die Personalakte die Lohnunterlagen hochzuladen, heißt er kann hier einfach, das können Sie sich auch in vorigen Videos anschauen, wie das ins Detail funktioniert, einfach das Dokument hochladen, er kann das dann seinen Mitarbeiter entweder zuordnen oder halt auch nicht und wenn die Kanzlei gesagt hat, jawohl, das ist super, dann hat er hier eine digitale Personalakte direkt zu seinem Mitarbeiter bereit, das ist dieses Thema und das zweite Thema ist Personaldaten und bei Personaldaten, wo auch immer es ist, ist hier Personaldaten ist da das Thema, dass wir hier einfach zu unseren Mitarbeitern alle Informationen, relevanten Informationen persönlich wie Beschäftigungsinformationen drin haben und der Mandant hier einfach auch eine ERU abrufen kann und das ist wirklich, wirklich ein Mehrwert tatsächlich für die Mandanten, genauso wie die Kindereingabe, so dass sie es nicht mehr per Excel, per E-Mail oder weiß der Teufel bekommen und der Mandant hat natürlich hier nochmal die Möglichkeit, das sieht man hier auf der rechten Seite, jemand hat hier irgendwann Geburtstag, Julia Thiem, hat jetzt, oder hatte Geburtstag und dann würde er da auch was einlesen können und wenn man es möchte, könnte man auch hier drüber neue Mitarbeiter anlegen lassen, also sprich das Klassische, was man früher gemacht hat mit einem PDF-Datei oder mit einer E-Mail oder handschriftlich, könnte man auch hier den Mitarbeiter anlegen lassen von dem Mandanten und könnte man sich das denn sozusagen ins Lohnprogramm reinholen und im Umkehrschluss kann der Mandant natürlich auch wieder die Auswertung Personalwirtschaft einsehen, sozusagen. Genau, und auch da wird es noch ein paar Neuerungen dieses Jahr geben im Personalwirtschaftsbereich, gerade was die Vorerfassung angeht, deswegen, ich zeige Ihnen die bewusst nicht, hat einfach mit was zu tun, das liegt alles noch sehr alt aus und das wird jetzt alles ein bisschen modernisiert. Aber, was ist jetzt noch der Mehrwert für den Mandanten? Naja, wenn er um die Ecke kommt, ich habe nicht nur Rechnungen hochgeladen, ich habe die zur Zahlung vorbereitet, ich habe sie bezahlt und ich sehe die Auswertung da drin und meine Kontoauszüge. Wenn er jetzt um die Ecke kommt, ach krass, ich möchte aber meine Belege vorher noch prüfen, bevor sie zu dir geht, lieber Steuerberater. Ja, auch das ist mit dabei, mittlerweile, das heißt, wir haben die Möglichkeit, halt, falsches Mandat, wir haben die Möglichkeit natürlich, auch, die Belegfreigabe zu benutzen, hier drinne. Und die Belegfreigabe, auch wieder ein paar Videos vor, wenn es ins Detail interessant ist, deswegen sagte der Philipp ja am Anfang auch den YouTube-Kanal, ist es da nochmal genauer erklärt, aber hier, der Mandant hat einfach den Mehrwert, hier direkt Belege hochzuladen und hier drinne auch freizugeben. Heißt, es sind mir hier zum Beispiel drei Dokumente zugewiesen worden, und ich kann da einfach draufklicken und sage, jawohl, ist schon freigegeben und liegt jetzt sozusagen beim Konsulten, der mal soll die fachliche Prüfung machen, kann ich jetzt sagen, freigegeben und dann geht es weiter zum nächsten sozusagen. Ja, und ich habe halt den Vorteil, hier in der Belegfreigabe, ich kann sie mittlerweile auch automatisiert erledigen lassen, anhand von Betragsgrenzen oder Belegtyp aktuell, zukünftig auch noch über Geschäftspartner. Also, wie gesagt, wenn das interessant ist, das Thema, wie gesagt, ein paar Videos davor gucken, da stellen wir das nochmal ins Detail vor. Für mich war jetzt aber heute der Mehrwert klar herauszustellen von Dativ-Unternehmen online und das ist auf der einen Seite die Freigabe, auf der anderen Seite aber auch die Rechnung schreiben. Ja, wir haben jetzt hoffentlich irgendwann jetzt ein Wachstum-Chancen-Gesetz oder halt auch nicht, je nachdem, aber wir wollen halt auch eine Rechnung schreiben. Jetzt muss ich das Unternehmen wieder wechseln. Das heißt, der Mandant kann hier drinnen auch Rechnungen schreiben. Heißt, er hat hier einen weiteren Button und da komme ich wieder zu meinem, am Anfang diesen Flow hochladen, bearbeiten, bezahlen und auch eine Rechnung schreiben kann ich hier drinnen, wenn ich das möchte. Stichwort Auftragswesen Next. Kleiner Spoiler, Ende Mai stelle ich das komplett mal vor, weil ich dann hoffe, dass wir noch ein paar Neuerungen mit drin haben, aber Auftragswesen Next, so sieht das mal im Groben aus. Der Mandant hat einfach die Möglichkeit hier, sich seine Kunden rauszusuchen. Er kann hier drinnen sich den Artikel aussuchen, er kann alles anpassen, er kann auch einen Negativbetrag auch umwandeln und er hat den Ratzfatz eine Rechnung nach § 14 Untersteuergesetz korrekterweise geschrieben und er kann sie und das können manche Programme auch nicht, er kann sich sogar den Entwurf sich anschauen, also er kann vorher nochmal reinschauen, wie sieht denn meine Rechnung aus, sieht die so okay aus oder nicht okay aus und würde dann das ganze Thema an seinen Kunden verschicken können, auch, das sieht man hier auf der rechten Seite, mit Beleg anhängen, auch das eine Seltenheit bei Rechnungsschreibungsprogrammen noch noch Anhänge mit reinschieben kann, man kann auch einen QR-Code mit für die Bezahlung generieren lassen, das sei mal dahingestellt, aber das Auftragswesen Next zeichnet sich einfach aktuell dadurch auch aus, dass wir hier bei dem Kunden selbst das Thema E-Rechnung auch mit versenden können, heißt, wenn wir hier E-Rechnung anklicken, ändert sich hier unten quasi, wenn man eine Rechnungs-E-Mail einträgt, würde er dann diese Rechnung per Zugwehr 2.0-Rechnung versenden über den E-Rechnungs-Service der Dativ oder er würde eine X-Rechnung versenden, das ist ja dann der Fall, wenn wir aktuell mit öffentlichen Behörden eine Rechnung schreiben müssen, etc. Da brauchen wir natürlich eine Kundenreferenznummer respektiv eine Leitwegs-ID, die würde man dann halt von dem Gegenüber dann sozusagen bekommen und dann kann man die hier eintragen und dann wird keine Zugwehr 2.0-Rechnung versendet, sondern eine X-Rechnung. Also auch hier hat die Dativ sehr, sehr, sehr stark nachgebessert, was das ganze Thema E-Rechnungs-Anbindung angeht, aber das hat aktuell meines Wissens sehr, sehr, sehr wenige Rechnungsschreibungsprogramme, deswegen macht es hier Sinn. Dieses Auftragswesen selber kostet 7 Euro, also nichts ist das im Vergleich zu dem, was andere Anbieter machen. Dafür muss man natürlich sagen, ein paar Sachen gehen hier drinnen nicht, aktuell sowas wie Anzahlungsrechnungen geht hier drinnen nicht, das kommt jetzt aber dieses Jahr noch, aber wenn wir Mandanten haben, die ganz einfach nur eine Rechnung schreiben müssen, reicht das hier vollkommen aus oder ein Angebot, weil wir können hieraus auch von dem Angebot in eine Rechnung überführen, kann man hier alles machen, wäre hier tatsächlich möglich. Und damit hoffe ich, dass ich einen kleinen Mehrwert zumindest herausstellen kann, also für den Mandanten ganz klar, er hat ein Belegarchiv, er kann hier drüber bezahlen, viele Daten werden automatisch ausgelesen, wir haben Rechnungsschreibung, eine Belegprüfung hier drinne und wo ich noch gar nicht drauf eingegangen ist, wenn man das braucht, ist ein Kassenbuch, auch das ist rechtssicher, sei mal jetzt da hingestellt, aber auch das wäre hier alles mit drinne und das kostet alles nicht wirklich viel Geld. Wie können wir sie jetzt so bei unterstützen? Da greife ich mal vorweg, das mache ich nicht, das macht mein liebster Kollege, der Herr Hühne. Oh, also du hast jetzt liebster Kollege gesagt, das wird aufgenommen, das weißt du, ne? Du bist mein liebster Kollege und es gibt ja viele Kolleginnen. Also ich teile mal im Bildschirm, muss ich hier wieder gucken, wo es ist. Genau. So, jetzt sollte hier das Thema Daten von Team Online im Blau in unseren Unternehmensfarm, in der Kompotis, Köln auftauchen und genau, wie der Manuel schon gesagt hat, haben wir jetzt darüber gesprochen, was ist drin, was ist der Mehrwert für den Mandanten? Jetzt müssen wir halt eben auch zu der Frage kommen, wie kriege ich das denn jetzt beim Mandanten noch wirklich durchgesetzt, gerade in der aktuellen Zeit, wir haben, ich war erst, was ist angefangen mit Grundsteuerbüroktshilfen, dann kam irgendwie Grundsteuer, dann hier, dann da, ist ja die letzten drei Jahre eine Sache nach der anderen und irgendwie kommt man gar nicht mehr so wirklich da raus, dann kommt auch der Fachkräftemangel dazu, wann soll ich jetzt noch jetzt Unternehmen online so gut wie es ist beim Mandanten einrichten? Und da kommen wir letztendlich wieder ins Spiel über unsere Webseite mandanten.online. hier auch einfach im Browser eingeben, mandanten.online, kommen Sie auf diese Seite und da können Sie sich als Steuerkanzlei kostenlos registrieren, da müssen Sie sagen, mal Ihre Adressdaten angeben, Kanzleiname und so weiter und so fort und dann können Sie hier rüber Mandanten, wir nennen das, melden, können also hingehen und sagen, ich mag hier das Unternehmen online bei einem meiner Mandanten eingerichtet werden soll, dann geben Sie hier, wie gesagt, das ist jetzt demo-mäßig, das habe ich vollfüllt, erstmal Ihre Daten an, hier der genaue Ansprechpartner aus Ihrer Kanzlei, das kann ja pro Mandat immer ein anderer sein, welches Mandat, welchen Mandanten wollen Sie denn, dass wir da umstellen, also auch hier Anschrift und so weiter und so fort, hier können dann auch eingeben, wie soll es mit der Rechnungstellung aussehen, soll die direkt von uns an den Mandanten gehen oder soll das über Sie laufen, das kann man hierüber auch nochmal bestimmen und jetzt kommt es aber zum wirklich Spannenden und zwar, wie sieht das Ganze aus, wir haben zwei verschiedene Pakete zur Einrichtung, das sind einmal das Standardpaket, das liegt bei 200 Euro pauschal und letztendlich nochmal das Komfortpaket, was nach Aufwand zu 150 Euro abgerechnet wird. Letztendlich, was ist im Standardpaket drin, ich meine das, was halt zusätzlich hier drin ist, das sieht man ganz gut auf einen Blick, wie gesagt, Sie können sich auch kostenlos registrieren, was ist da drin, ganz kurz gesagt, wir kümmern uns halt darum, dass Unternehmen online vernünftig bei ihren Mandanten eingerichtet wird und auch keine Fragen übrig bleiben, sodass also der Mandant direkt loslaufen kann, das Ganze vernünftig nutzen kann. Unter anderem werden wir auch Bank online, also das, was wir gerade auch gezeigt haben, da muss man auch ein paar Sachen natürlich einrichten, auch das gehört alles mit dazu und bei dem Komfort ist eben auch ein wichtiger Zusatzpunkt eine Ist-Analyse beim Mandanten. Das sind eben die Themen, da geht es oft darum, wenn das auch größere sind, die darauf zugreifen sollen und so weiter und so fort. Also schauen Sie sich das gerne einmal in Ruhe einfach an, wie gesagt, da können Sie ja kostenlos sich einfach registrieren und wenn Sie eben da gerade nicht die Kapazitäten haben, um selbst das Ganze bei Ihrem Mandanten einzurichten, unterstützen wir Sie dabei sehr gerne. So, und jetzt würde ich sagen, dann mache ich, der Philipp macht noch ein bisschen was, dann werde ich noch eingreifen, also bei Mandanten.online, das ist wirklich so, Mandanten.online, das war's, mehr ist nicht und bei Mandanten.online ist es tatsächlich so, dass wir da diese zwei Pakete haben und wir freuen uns freuen, wir bestellen auch mit Ihnen gerne zusammen, wenn Sie da noch Fragen oder Nöte oder Ängste haben und ja, wir nehmen Sie sozusagen an die Hand und dass wir da einen reibungslosen Ablauf sozusagen da auch gewährleisten können. Genau, und jetzt zum Schluss, wie versprochen, nochmal die Fragerunde, ich werde jetzt mal schauen, welche Fragen wir jetzt während der Präsentation nicht beantworten konnten oder durch die Präsentation von Manu eben noch nicht beantworten werden konnten. Was so Themen, das habe ich hier mit einem Auge auch hier und da mal gesehen, was so Themen angeht, zu individuellen Fragestellungen, wie kann ich das einrichten, wie kann ich jenes einrichten, das wird jetzt leider für den Moment den Rahmen sprengen, aber Sie können uns natürlich gerne jederzeit kontaktieren, entweder Ihre bekannten Ansprechpartner bei uns, gerne auch direkt mich, sollten Sie noch keinen Ansprechpartner haben oder aber für die, die es kennen, unsere Consulting-Sprechstunde nehmen, da können Sie direkt bei den entsprechenden Consultant einen Termin buchen, wann es für beide am besten passt. Also so viel vorweg, ich würde mal durchgehen, Manu, ich stelle hier die Fragen, du antwortest. fangen wir mal an. E-Rechnung, genau, ich glaube, da haben wir jetzt auch schon viel drüber gesprochen gehabt zum Schluss. Du hast ja gerade gespoilert, dass du das Auftragswesen Next Ende Mai nochmal vorstellen willst. Allgemein können wir, glaube ich, so viel vorwegnehmen, dass allgemein der Mai so ein Zeichen der E-Rechnung stehen wird, was unsere Webinare angeht. Also da bleiben Sie da gerne auf dem Laufenden. Wir senden ja jeden Monat die Webinare des Monats rum und da werden Sie dann für den Mai, wie gesagt, da wird es dann rund um das Thema E-Rechnung letztendlich einfach gehen tatsächlich. So, muss für die Bank zahlen was eingerichtet werden? Ja, also das habe ich ja gerade mit einem Nebensatz schon mal gesagt gerade, da müssen dann die Zertifizierungen, die müssen dann eingerichtet werden. Da gibt es verschiedene, ich glaube eins, Manuel Helfner heißt H-Habik irgendwie sowas. Ha, 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 ha. Pass auf, ich übernehme mal, wovon du nicht über den Kopf gerade reden willst. Also, ja, also das, der Mandant die Voraussetzung dafür ist, dass er ein Online-Banking hat. Das ist Voraussetzung und zu seinem Online-Banking gehört ja immer ein Verfahren, wie er bezahlt. Und das können zwei Sachen sein. Das ist einmal ein HBCI-Verfahren, das ist das, was der Philipp gerade meinte und es gibt ein sogenanntes EBICS-Verfahren. Das sind zwei unterschiedliche, das HBCI-Verfahren, das kann in unendlich vielen Möglichkeiten sein, das ist dieses klassische Pintan-Verfahren per App, per Code, per Push-Stand, per Gerät, per weiß der Teufel was. Also, da ist jede Bank sehr kreativ, was das angeht. Das können wir anbinden und EBICS wäre eine digitale Signatur oder eine digitale Unterschrift. heißt, die Smart Card oder Smart Login ist sozusagen ihre Unterschrift, die muss man erst einrichten. Dabei kann man aber auch unterschiedliche Freigaben Unterschriftsverfahren oder was auch immer bei der Bank hinterlegen. Also, man kann Erstunterschrift, Zweitunterschrift, man kann nur Einblick, also das zeichnet das EBICS-Verfahren aus. EBICS ist halt auch teurer und dauert länger in der Einrichtung. HBCI-Pintan-Verfahren ist das Klassische, was man auch von Privat zu Hause aus kennt, macht es schon Sinn. Aber ja, man kann das ein, implementieren, einführen hört sich doof an, implementieren in dieser ganzen Software und diese zwei Möglichkeiten gibt es und wer noch ganz intensiv dran ist im Thema, die Dativ ruft aktuell die Bankkontodaten im MT940-Format ab. Also, dass die das dargestellt bekommen, diese Kontosätze, ist ein MT940-Format. Das ist ein veraltetes Format, was schon eigentlich ewig nicht mehr benutzt wird, aber jetzt im Sommer ist endgültig Schluss und wird durch das CAMP-Verfahren abgelöst. C-A-M-P, glaube ich, ist auch egal. Also das CAMP-Verfahren oder CUT, ist auch egal. Jeweils mit C irgendwas und das stellt aber die Daten im Hintergrund aktuell um, automatisch, bis es dann auch freigegeben ist. Also, da müssen Sie keine Angst haben, also die Kontoumsätze stehen dann weiterhin zur Verfügung. Ich finde aber, die eine Frage, die der Philipp gerade übergegangen hat, ist das Unternehmen online ein Archiv? Kann das genutzt werden? Ja, kann es. Es ist nach Resi-Scan zertifiziert. Sie können es als Archiv nutzen. Es ist ein revisionssicheres Archiv, heißt, jedes, alles, was an einem Dokument gemacht wird, kann nachvollziehbar angeschaut werden. Heißt, im Umkehrschluss, wenn man das mal sich mal anschaut, was bedeutet das? Ich kann zum Beispiel hingehen und sagen, ich möchte mir das Belegprotokoll anzeigen lassen und das Belegprotokoll sagt hier ganz klar, wer wann wie wo was macht. Das ist nämlich anonymisiert, heißt anhand der Benutzer-IDs kann man sozusagen lesen, was hier passiert. Also hier steht ja drin, der Beleg wurde hinzugefügt, er wurde geheftet, wurde entheftet, wurde bearbeitet. Also steht ganz klar hier drin, wer wann wie wo was an so einem Dokument macht. So, Entschuldigung, Philipp. Nö, es ist ja vollkommen in Ordnung. Der Liquiditätsmonitor kostet der extra, aber wenn er freigeschaltet wird, wie schaut er da aus? Ja, der kostet extra, ja weiß ich nicht, ich glaube 5 Euro kostet der, aber können wir mal live gucken. Ich meine, der kostet 5 Euro extra, wenn mich nicht alles getäuscht, Liquiditätsmonitor, ja, wann bin ich gut? 5 Euro im Monat zusätzlich. Ja, guck mal, wunderbar, klasse. Dann, ja, Liquiditätsmonitor, wenn wir dabei sind, was du jetzt noch nicht so gezeigt hast, was wir hier ein paar Mal gefragt, die Auswertung, was gibt es da für Auswertungen, den Punkt, den hat man ja auch auf der Startseite gesehen, kannst du da noch ein bisschen drauf eingehen? Genau, bei Auswertung und Anzeigen, hier wird aktuell die Auswertung zum Thema Rechnungswesen angezeigt, also, das sieht man hier links oben auch, Auswertung Rechnungswesen, und hier wird das angezeigt, was Sie den Mandanten zur Verfügung stellen aus Kanzlerrechnungswesen. Das kann, die BWA, kann das Kontoblatt, kann der Liquiditätsmonitor sein, kann das Controlling Report sein, kann die Opus-Liste sein, kann die Summen- und Seilen-Liste sein, also alles das, was Sie dem Mandanten zur Verfügung stellen, aus Kanzlerrechnungswesen, das können Sie hier, das kann der Mandant einsehen, und entweder als PDF-Dokument, oder halt als Datensätze, ich habe es als Datensätze hinterlegt, weil es einfach für mich mehr Sinn macht, als Datensätze, ja, und bei dem Thema Auswertung und Personalwirtschaft, dann ist es da, das Thema, da können wir auch bestimmen, was wir für Auswertungen dem Mandanten zur Verfügung stellen, das kann man dann wieder im Lodas oder Lodengehalt bereitstellen, sozusagen, aber im Prinzip geht es hier darum, ich kann da draufklicken, der Download wird gestartet, er hat es runtergeladen, ich kann es mir angucken, und der Mandant kann damit was machen, was auch immer, also das wäre dann tatsächlich hier die Auswertungsmöglichkeit, und wenn man auf den Liquiditätsmonitor, dann bin ich jetzt nicht drauf eingegangen, weil das, wie gesagt, auch ein Zusatzmodul ist, aber hier, der Liquidmonitor kann die Liquidität für die Zukunft, sozusagen, den Mandanten zeigen, wenn das gewollt ist, ich meine auch, dass wir da auch mittlerweile ein Video auch drüber gemacht haben, Philipp, korrigieren wir, ich weiß es aber nicht mehr, ehrlich gesagt, und wenn wir es noch nicht gemacht haben, dann wird es irgendwann auch folgen. Ja, vor dem Video, hier wird auch mal gefragt, ich überspringe jetzt an der Stelle, ich gehe gleich wieder zurück, aber Pascal kann es gut, ob es auch ein Video gibt für Ihre Mandanten, was wir zur Verfügung stellen können, hatten wir tatsächlich mal, allerdings hat sich, wie Manu gerade schon gesagt hat, sehr viel getan, was Unternehmen online angeht, dass es leider dann doch recht schnell wieder veraltet war, wir sind gerade dabei, nochmal eins aufzunehmen, dass das, wie gesagt, für diejenigen, die schon mal auf unserem YouTube-Account waren, sich das angeguckt haben, haben wir viele kleine Erzählbär-Videos ja auch da drunter, da sind wir dabei, auch für Ihre Mandanten, Neues aufzunehmen, damit dem Ihr Mandanten das auch vernünftig und schmackhaft gemacht werden kann. Ansonsten waren wir gerade bei den Modulen, Manu, kannst du vielleicht noch mal irgendwie kurz zeigen, welches sind starkmäßig dabei, welche nicht, was muss eingerichtet werden, wenn du da noch so einen kurzen Überblick geben könntest? Also standardmäßig für die 11 Euro ist die Belege, also gehen wir mal hier hin, sind die Belege online mit allen Facetten, was wir mit Hochladen, mit Belegarchiv, mit Zahlung vorbereiten, also das wäre alles unter Belege online mit dabei, die komplette Bank, Anbindung wäre hier drinne mit dabei und mit drinne, genauso wie das Kassenbuch drinne wäre, genauso wie die Personalwirtschafts- und Rechnungswesenauswertungen wären da mit drinne, die Lohnvorerfassungen wären da mit drinne, genauso wie die Personaldaten. Alles das würde hier mit den 11 Euro im Unternehmen online mit drinne sein. Klassischerweise braucht man aber tatsächlich, da stellen wir bei den Mandanten immer fest, deswegen Standardpaket, Belege, also zum Hochladen, Bank fürs Bezahlen und organisieren der Kontoauszüge auch, gegebenenfalls Kassenbuch und dann wird es schon langsam wieder mau und dann geht es nur noch in den Auswertungsbereich und mehr brauchen die Standardmandanten erstmal nicht. Aber, wie gesagt, das Personalthema, auch das ist mit drinne und das ist immer weiter im Kommen, wie zum Beispiel diese EAU-Abruf, Mitarbeiteranlage, vielleicht noch Stundenvorerfassungen mit der Lohnvorerfassung und natürlich das Thema Auswertung. Aber der Standard ist Belegebank, Auswertungen und alles, was darüber hinaus ist, muss man tatsächlich mit dem Mandanten bequatschen, ob wir hier eine Belegfreigabe und auch eine Rechnungsschreibung benötigen. Rechnungsschreibung, Bank, Geld, Geld regiert die Welt, da gibt es ja auch andere Dienstleister, so Paypal, um mal eins zu nennen und eine Schleichwerbung großartig machen zu wollen, die kennen wir ja alle Paypal letztendlich. Wie schaut es da aus? Gibt es da irgendwie eine Verknüpfung? Ist da was geplant, wenn es die nicht gibt? Nein, also eine Verknüpfung und geplant ist es auch aktuell nicht, weil die Bestreben von Paypal etc. oder Amazon Pay ist ja im Rechnungswesen mit enthalten. Alle anderen, so wie, wie heißt das, Google Pay oder wie das heißt oder Klarna und so weiter, dann das ist erst mal aktuell nicht geplant. Das heißt nicht, dass es nicht kommen wird, aber es ist aktuell erst mal für dieses Jahr nicht in Planung. Aber wir haben ja zuverlässige Konverterdienste, wenn so was im Thema E-Commerce-Bereich wichtig wäre, auch da würde heute wieder den Rahmen sprengen, aber nein, erst mal hier für Unternehmen online ist es nicht geplant. Was wir aber machen können, wir können natürlich diverse Anbieter hiermit andocken, in welcher Form auch immer, in welcher Schnittstellenform auch immer. Da muss man halt ins Detail schauen. Also nur ein Beispiel, der Mandant hat ein Kassensystem, dieses Kassensystem hat keine eigene Archivierungsmöglichkeit. Da kann man sozusagen ein Kassenarchiv online von der Dativ kaufen. Dann geht das quasi von dem Kassensystem ins Kassenarchiv und von Kassenarchiv wiederum geht es ins Kassenbuch online und von da aus geht es dann wieder in ihr Rechnungswesen nahtlos weiter. Also das nun mal so als Beispiel genannt, was da so gehen kann. Aber wie gesagt, das würde heute tatsächlich den Rahmen sprengen. Also der Standard, der Mehrwert, Belege hochladen, daraus wird OCR-basiert eine Bank vorgeschlagen. Die Bank wird verknüpft mit dem, dann ist es bezahlt und wir haben hier die Auswertung drin und wir haben alles in einem Portal, in einem Zugriff sozusagen. Das ist ganz klar der Mehrwert. Du hast vorhin noch gesagt, Ausstragswesen Next, Gottes Willen, wo wir die Rechnen drüber schreiben, kostet 7 Euro. Das wäre auch noch mal so ein Zusatzmodul letztendlich und da reden wir von 7 Euro im Monat, genauso wie eben das Standardpaket bei den Unternehmen online von 11 Euro im Monat letztendlich. Hier haben wir jetzt noch eine Frage, die übernehme ich dann tatsächlich auch mal komplett. zwar geht es hier nochmal um die Pakete von Mandanten online und zwar ob es irgendwie Servicepakete gibt falls mal was schief läuft, also wir stellen genug Mandanten jedes Jahr um auf Unternehmen online tatsächlich also wirklich viel das machen wir auch schon lange das ist eigentlich, dass irgendwas nicht funktioniert passiert selten dass da Notwendigkeiten in Servicepakets gibt wir sind natürlich immer der Ansprechpartner also wenn da irgendwas ist, sind wir natürlich als Plattform da dass man bei uns fragen kann das läuft nicht, das funktioniert nicht das stehen wir natürlich zur Verfügung aber gibt es jetzt als ausgesprochenes Paket, gibt es das jetzt nicht aber was wir demnächst noch machen müssen, das weiß der Philipp noch nicht, weil ich das erst heute beschlossen habe es wird neben diesen zwei Paketen wird es noch ein weiteres Modul geben und zwar für das Thema Auftragswesen separat, heißt wenn ihr Mandant schon Unternehmen online hat und der hat das Thema E-Rechnung auf der Brust und weiß nicht wie weiter und er würde es gerne mit Auftragswesen next oder was gibt es da für Unterschiede da werden wir da tatsächlich noch ein Paket anbieten und sie dabei auch unterstützen, weil das einfach aus unserer Sicht einfach ein wichtiges Thema sein wird in den nächsten Monaten deswegen wird da nochmal was separat kommen, aber ansonsten wenn es darum geht, wie viel machen wir damit, also ich persönlich mache seit 2008 dieses Thema und gefühlt mache ich im Monat ne, ich sag mal Woche Woche ist besser drei Mandanten in der Woche und das so über diesen langen Zeitraum also es, wie der Philipp schon sagte wir haben schon, also ich persönlich habe schon alles gesehen es gibt kaum etwas an Meldungen, die ich vielleicht nicht aus dem Kopf könnte und es tatsächlich, muss ich fairerweise dazu sagen es ist einfach viel, 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 viel weniger geworden wenn nicht sogar bis auf null runtergeblitzt wo wir da einfach auch ja, also es ist ein sehr stabiles Programm, auch wenn man landläufig meint, dass es immer da zu Störungen kommen könnte aber auch dann funktioniert das System immer noch weiter genau Wunderbar so dann kommen wir langsam aber sicher dem Ende entgegen ich mag mich noch mal bedanken für Ihre Teilnahme für Ihre Fragenbeteiligung auch vor allem wenn wir jetzt das Webinar beenden wenn Sie noch mal also bitte schließen Sie nicht sofort den Browser Sie werden nämlich dann noch mal auf eine Fragebogen quasi noch mal weiter so ein Feedback wo Sie uns Feedback geben können wie Sie das Webinar fanden das ist natürlich sehr hilfreich für uns, das würde uns freuen wenn Sie das nutzen und darüber können Sie gerne auch Themenwünsche noch mal äußern und wenn sich da eine einstimmige Meinung bildet versuchen wir natürlich auch diese Themen dann mit in unseren Webinaren aufzunehmen ansonsten Manu, vielen Dank auch an dich noch mal für deine Zeit und dann würde ich eins am Nachher also noch ein bisschen Frohe schaffen und nachher dann einen schönen Feierabend und ein Werbeblock mache ich aber auch noch Philipp wenn noch Fragen im Nachgang sind Sie brauchen sich nicht nur an Ihren Kunden verantwortlich oder an den Philipp zu wenden Sie können sich auch gerne über die Consulting-Gesprächsstunde einfach einen Termin bei mir buchen und ich melde mich sehr, 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 sehr gerne bei Ihnen wenn Sie noch irgendwelche Fragen haben So Auch von meiner Seite Vielen Dank für die Ergänzung noch und in dem Sinne schönen Abend noch Ciao Ciao Tschüss Ciao 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 Untertitelung des ZDF, 2020